Hallo Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales mit dem guten Nate und dem Regentanz, den wir jetzt vollführen dürfen. Das wird sicherlich heikel. Also gut. Oha, jetzt geht's los hier mit Tastatur. Und schon verkackt, 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 verkackt. Ja, super. Ganz große Leistung. Ich hab noch einiges vor mir, befürchte ich. Ja, das glaub ich auch. Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Ich hab die richtigen Tasten genommen. Das hasse ich, wenn man das macht und es nicht geht. Also gut. Weil das Timing genau stimme. Warum? Okay. Okay, ich muss ein bisschen warten, bis es wirklich im grünen Feld ist. Sonst wird das nichts. Oh, 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 oh. Und? Hat's geklappt? Oder noch eine Runde? Yeah, es hat geklappt. Es hat funktioniert. Schnell, Butterkeks. Bring mich zu meinem Körper. Juhu. Schon in Ordnung. Ich brauch keine Hilfe. Undankbares Zombiepack. Ja, das mit Tastatur war jetzt überrumpelnd, aber hat ja sehr gut geklappt. Ja, dann ist der Blitz eingeschlagen, dann gehen wir zurück, würde ich sagen. Gucken, was die jetzt sagen. Ach Gott, was macht er denn da mit dir? Ja, aber er hat ja jetzt auch seinen Körper wieder. Und, amüsiert ihr euch gut, während ich vor mich hinrauche? Ja, hat alles ganz wunderbar geklappt. Ich frag gar nicht erst, wieso. Wie sieht es mit meiner Rüstung aus und dem Versteck des Schwertes? Aber selbstverständlich. Die Rüstung findest du in dem Grab dort. Den bröckligen Kram solltest du vorher abwischen. Äh. Das Schwert findest du im feurigen Berg. Wo ist er? Es ist ein Vulkan hier ganz in der Nähe. Früher hatten die Zwerge dort ein Bergwerk, haben es aber schon vor Jahren aufgegeben. Seit kurzem wohnt ein Drache dort. Entzüttend. Viel Glück. Juhu. Das war erfolgreich. Und er geht raus. Nee. Hoffen wir mal, dass da wirklich eine brauchbare Rüstung drin ist. Ich wusste doch, dass da drinnen noch was ist. Tatsächlich. Eine Rüstung. Und Teile des Vorbesitzers. Bevor ich sie anziehe, werde ich sie noch polieren und von den gröbsten Überresten befreien. Tada. Tada. Kleider machen Leute. Rüstungen machen Helden. Mhm. Ja. Da wir das jetzt schon anhaben, fehlt uns jetzt eigentlich nur noch... ...auf jeden Fall ein Schwert. Aber Beine kriegt er nicht, ne? Also... Was sagt er dazu? Ah. Keine Ahnung, was ich fragen sollte. Nochmal bedanken bei denen. Ich lasse die beiden Totelgeier lieber allein. Totelgeier vor allem. Ich lasse die... Ja, okay. Dann können wir ja rausgehen. Ähm... Was sagt die Karte? Wir müssen ja auf jeden Fall noch... ...da was machen und da was machen. Gehen wir doch mal da hin. Hier waren wir nämlich ja jetzt auch noch nicht. Ja. Ähm... Okay. Hast du... Hast du Angst? Geht so. Du solltest... Äh... ...starr vor Schrecken sein. Bist du starr vor Schreck? Nicht wirklich. Äh... Wie werde ich ein furchteinflößendes Monster in 14 Tagen? Aber ich habe gerade erst angefangen. Und im ersten Kapitel steht, man soll sich nicht entmutigen lassen, wenn es nicht gleich funktioniert. Und es wird immer Leute geben, die einem den beruflichen Erfolg nicht gönnen. Klar. Da ist was dran. Ähm... Betrachte den Schmelzofen. Reden wir jetzt erstmal mit... Wir reden erstmal mit dem Drachen. Hallo, meine Hübsche. Ja. Wer bist du und warum möchtest du ein furchteinflößendes Ungeheuer sein? Ich suche ein magisches Schwert. Hast du seit was hier rumliegen sehen? Was ist das hier für ein Ort? Möchtest also ein fürchterliches Ungeheuer werden? Warum? Und wer bist du überhaupt? Ich bin eine missverstandene Frau in ihren besten Jahren. Oh oh. Jahrelang habe ich als Transportdrache geschuftet. Aber gestern habe ich gekündigt. Ich lasse mir nicht alles bieten, weißt du? Hat dich jemand betatscht? Angeschrien haben sie mich. Nur weil ich die Ladung verloren habe. Alles wegen dieser Elfe. Ich sollte ihr dankbar sein. Endlich kann ich mein volles Potenzial ausschöpfen und mich in der zweiten Lebenshälfte beruflich neu orientieren. Als furchteinflößendes Ungeheuer? Ein traditionelles Berufsbild für Drachen. Männer sind es immer. Aber warum sollte es nicht auch eine Frau schaffen? Und was musst du alles tun, um ein furchteinflößendes Ungeheuer zu werden? Drei Prüfungen bestehen? Oh nein, so einfach ist das nicht. Es ist ein komplizierter Zehnstufenplan. Ich muss mich in verschiedensten Bereichen fortbilden und Schritt für Schritt mein Schreckenspotenzial aufbauen. Aber das ist alles so kompliziert. Ich soll Jungfrauen fressen. Dabei bin ich Vegetarierin. Und ich habe noch nie Feuer gespuckt. Ich habe keinen Goldschatz. Und ich weiß nicht, wie man Ritterrüstungen knackt. Außerdem kannst du nicht gut brüllen. Ich weiß. Aber immerhin habe ich schon mal eine angemessene Drachenhöhle gefunden, oder? Ja, ja. Ich bin auf der Suche nach einem magischen Schwert, das hier am Berg sein soll. Hast du eine Idee, wo es ist? Schon. Ja? Wo ist es? Nun ja, du bist so etwas wie ein Krieger. Und ich bin ein Drache. Müssten wir nicht kämpfen? Oder so etwas? Wer sagt das? Kapitel 5. Übereifrige Helden, oder? Wenn das Abendessen zu Besuch kommt. Äh. Ja. So... Ja, nee. Wir kämpfen nicht. Das ist doch völlig überholter Blödsinn. Meinst du? Na klar. Konfrontationen bringen einen nicht weiter. Du musst dir Verbündete suchen. Networking heißt das Zauberwort. Networking? Davon steht hier nichts. Vielleicht... Vielleicht... Vielleicht kommst du später nochmal wieder, wenn ich mehr gelesen habe. Wir können das bestimmt auch anders regeln. Wie denn? Vielleicht helfe ich dir, ein furchteinflößendes Ungeheuer zu werden. Tatsächlich? Du kannst mir beibringen, wie man Feuer spuckt? Äh... Nein. Dann befürchte ich, dass du mir nicht helfen kannst. Außer... Hast du vielleicht einen riesigen Goldschatz? Nicht wirklich, aber... Vielleicht kann ich dir zumindest etwas Gold besorgen. Als Starthilfe sozusagen. Eine Goldmünze zum Beispiel. Hm. Abgemacht. In Kapitel 1 steht, dass jeder klein anfangen muss. Und eine einzelne Goldmünze ist ein guter Anfang für einen riesigen Goldschatz. Oder? Ja. Ähm. Wegen des Schwerts. Was war da doch gleich der Haken? Du wolltest mir die erste Goldmünze für meinen riesigen Goldschatz besorgen. Ah, richtig. Das ist also der Haken. Was ist das hier für ein Ort? Meine Drachenhöhle. Schon klar, aber was war es vorher? Ja, diese Maschinen da drüben sehen sehr alt aus. Die Zwerge haben sie gebaut. Vor Jahrhunderten. Sie haben hier im Vulkan nach seltenen Metallen geschürft und einige mächtige Waffen geschmiedet. Doch dann ist der Schrecken auf sie herabgestürzt. Ein mächtiger rosa Drache vertrieb sie. Wow! Erstmal ein Hustenanfall. Aha. Gefällt dir die Geschichte? Ich arbeite an meiner eigenen Legende. Jedes furchteinflößende Ungeheuer umgibt sich mit einem Netz aus Mythen und Legenden. Okay. Ich muss weiter. Schön weiter üben. Natürlich. Natürlich. Ach, die süße Drachenlady. Ich hoffe, er verarscht sie nicht komplett. Ein Hammer. Ein Hammer. Die eine Seite des Kopfes ist abgerundet. So etwas wird beim Schmieden benutzt. Ja, es sieht auch sehr nach Schmiedekram hier aus. Wie zum Beispiel der Amboss und der Schmelzofen und so. Ein Amboss mit Zwergenschriftzeichen. Gewaltiges Ding. Eine Zange wie Schmiede sie benutzen. Durch die langen Griffe kann man großen Druck auf die Werkstücke ausüben und sie sicher halten. Können wir irgendwas mitnehmen? Ja. Wir können die Zange mitnehmen. Das ist wunderbar. Können wir hier irgendwas bei dem Kram mitnehmen von ihr? Nee. Gut. Dann schauen wir uns weiter um. Guckt ihr mal das Lavabecken an? Okay. Lavabecken. Luke. Lavabecken. Lavabecken. In das Drachenbecken fließt beständig Lava. Die Hitze ist unerträglich. Das ist das Lava. Ich dachte, das wäre das Lavabecken. Okay. Eindeutig eine Zwergenarbeit. Der Drache muss von innen beschichtet sein, damit die Lava das Metall nicht schmilzt. Mhm. Hm. Der Drache ist beschädigt. Da fehlt eindeutig der Kopf. Da fehlt ein Kopf. Aha. Können wir uns das später dann noch bauen oder so? Diese Luke hält die Lava im Becken. Wenn man sie mit Hilfe der Kette öffnet, fließt die Lava heraus. So, so. Okay. Gefrorenes Quecksilber. Der Steindruck ist mit Wasser gefüllt. Es sieht dunkel und ostig aus. Vermutlich kühlten die Schmiede ihre Werkstücke im Wasser ab. Mhm. Hm. Ich glaube, das ist eine Münzpresse. Man füllt Gold, Silber oder Mitril in die Öffnung und presst mit diesem Stempel die Gravur in die Münze. Wenn Metall in der Form wäre, könnte ich eine Münze stempeln. Vorausgesetzt, das Rad lässt sich nach all den Jahren noch drehen. Wenn Metall in der Form wäre. Okay. Wenn Metall... Ja, Metall, Metall, Metall. Wir haben aber sowas nicht. Gehe zur Landschaft. Haben wir irgendwas denn hier jetzt noch versehen? Hier ist noch was. Steine. Ah, wir nehmen einen Stein mit. Weil ich denke die ganze Zeit noch hier an diese Troll-Dinger. Ach, wir können den Hammer sogar mitnehmen. Echt? Der nimmt den ganzen Hammer mit? Okay. Kann man ja mal machen. Hier können wir quatschen. Hier ist eine Steinschale. Die habe ich auch nicht gefunden. Eine massive Steinschale mit einer Art Griff. Die Innenseite ist schwarz und verrust. Das kannst du doch bestimmt auch mitnehmen. Okay. Vielleicht möchte der eine hier sein Dings tauschen. Wir gehen mal raus. Oder können wir zur Landschaft gehen? Nee. Gut, dann gehen wir mal zu denen zurück. Ich möchte die eigentlich mal endlich zum Einsturz bringen. Damit wir das Schild bekommen. Das fehlt uns sehr. Ach nee, hier wollte ich gar nicht hin. Zu denen wollte ich ja gar nicht. Zu denen wollte ich. Zu Grump und so. Genau, so hießen die. Möchte er vielleicht die Steinschale haben? Oder können wir hier den mit Steinen bewerfen? Die Bretter sind so morsch, dass sie sofort durchbrechen würden, wenn sich da jemand draufstellt. Aber wer ist schon so dämlich? Nadie. Wer ist schon so dämlich? Nadie. Hallo, Grump. Du, Menschlein. Ganz recht. Und? Wie läuft's bei der Jag- Noch nicht. Was jagst du denn? Alles. Aha. Mann. Ich muss los. Hunger. Der ist doch so hungrig. Da müssen wir noch was machen können. Können wir dem irgendwas geben? Wir müssen doch irgendwas zu essen für die auftreiben können. Wir haben auf jeden Fall eine Steinschale. Das ist doch schon mal was. Ich weiß aber nicht, wo wir was kriegen können zu essen. Hier bei ihm sind wir auch durch. Regenmacher. Ist hier irgendwas, was ich übersehen habe? Kannst du noch näher rangehen? Nein. Aber hier wird mir schon das Schild angezeigt. Was du machen, Menschlein? Mhm. Ähm, ich gucke nur, was du für einen schönen Teller hast. Großer Hunger. Großer Teller. Genau. Richtig. Solange er da steht, kann ich den Schild nicht unbemerkt mitnehmen. Deswegen wollen wir die ja hier hinlocken. Vielleicht brauchen wir auch nicht was zu essen, sondern halt eher was er jagen kann. Irgendwas basteln. Das macht zwar keinen Sinn, aber Holzstiel. Hier. Der ist blind und dann soll er das Garn mit einem selbst gebastelten Maus jagen. Och Mann, ich weiß auch nicht. Ähm. Gehen wir nochmal zu denen. Ach nee, sind wir ja schon. Äh, zu denen meinte ich. Hier muss doch irgendwas sein. Und wir brauchen ja auch eine Goldmünze. Geh mal rein. Wir sind ja jetzt die neue Gottheit. Der lustigen Musi. Hier auch nicht. Irgendwas habe ich noch nicht eingesammelt. Irgendwelche Beeren vielleicht auch. Aber das ist zu wenig für Grum. Da sind ja die ganzen Gaben unten. Bei der Gottheit. Deswegen glaube ich halt eigentlich, dass wir das da finden. Wir müssen da irgendwas dem geben. Und das... Wir haben jetzt ein bisschen Gedöns gesammelt. Vielleicht. Huch. Warte, 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 warte. Da war irgendwas zum Anklicken. Ja, da ist mir leider das Spiel abgestürzt, Leute. Deswegen muss ich auch leider die Audiospur nochmal aufnehmen. Das ist natürlich immer etwas blöd. Aber den Gefallen tue ich euch einfach mal. Dass ich hier gerade nachkommentiere. Weil nicht nur das Spiel abgestürzt ist. Sondern anscheinend auch meine Audiospur nicht mit aufgenommen wurde. Wir hatten aber den Plan. Und ich gehe nochmal hier an der Stelle zurück. Weil ich halt wissen wollte, bevor das Spiel abgestürzt ist, ob hier irgendeiner was gesagt hat. Aber anscheinend gab es hier nichts mehr zu tun. Deswegen können wir wieder zurück umdrehen. Und wir gehen nach unten zu dem... Zu dem... Zu dem gar nicht zu dem. Zu dem doch. Zu dem kleinen Erdwichtel. Arbeiterchen. Der offensichtlich... Den Kopf ja hat. Den wir brauchen. Hallo, du? Woja? Die Steinfigur da. Kann ich die haben? Du willst dafür etwas anderes haben? Ich glaube, ich habe nichts für dich. Ja. Wir haben leider nichts. Und das, obwohl wir einen Stein und Zange und was weiß ich nicht, was jetzt neu gesammelt haben. In der Hoffnung, dass irgendwas ihm gefällt. Aber der kleine Erdwichtel will sich damit nicht zufriedengeben. Das ist nicht das Richtige. Wir können auch leider keine Opfergaben nehmen, die wir höchstwahrscheinlich brauchen. Für Essen vielleicht. Wie meine Denkweise war. Aber auch das stimmt nicht. Das weiß ich ja jetzt. Wo ich schon aufgenommen habe. Nein. Das klappt alles nicht. Also müssen wir wieder zurückgehen. Erdwichtelgottheit. Die auch sehr lustig aussieht mit der langen Nase. Ja, doch nochmal zurück. Doch nochmal sich umentscheiden. Kann man ja mal machen. Dieser hässliche kleine Kerl ist die Gottheit der Erdwichtel. Nachdem ich den Helm mitgenommen habe, hat er hier wieder das Sagen. Sich als eine Gottheit ausgeben? Wie kann man nur? Ein schändlicher Freyfel und Wusa wird dich bestrafen. Hat er doch selber gemacht. Wusa. Sieht ganz zufrieden aus. Und am besten rühre ich ihn nicht an. Die Erdwichtel würden wahrscheinlich ausflippen. Ach was. Da hast du nichts dabei. Nimm ihn ruhig mal in die Hand. Kannst ihn auch schütteln. Kein Problem. Gibst du mir absichtlich schlechte Ratschläge? Hätte ich etwa einen Grund dazu? Voll der garstige Helm. Der ihn immer so fertig machen will. Wusa. Sorry, sorry. Nicht aufregen. Da passt aber einer auf. So ein kleines Erdwichtelvieh ist voll süß. Wenn man so ein Zuhause hätte und einer an die Sachen geht, dann macht er immer Wusa. Wusa. Weil der das nicht darf. Das wäre lustig. Aber es wäre nervig, wenn er das bei ihm selber macht. Man will irgendwas machen und der will das nicht. Wusa. Aber die sind echt süß und lustig. Die kleinen Erdwichtel. Männchen. Hier ist eine Ader am Fels. Vielleicht kann man da mit dem Schmiedehammer rein. Kann man aber nicht. Auch nicht mit dem Stein und mit der Zange. Wahrscheinlich auch nicht. Allerdings. Ein kleines Kupfervorkommen. Wenn ich eine Spitzhacke hätte, könnte ich es abbauen. Richtig. Wir brauchen immer noch eine Spitzhacke, um an das Kupfervorkommen zu kommen. Allerdings wird erst später erklärt, warum wir dieses Kupfervorkommen brauchen. Aber wir wollen eine Spitzhacke. Irgendjemand, irgendein Wichtelchen suche ich jetzt. Was Spitzhacke-Dings. Also den Stock haben wir ja schon. Offensichtlich. Aber uns fehlt halt die Spitze. Den Holzstiel haben wir halt schon. Finde ich aber nicht. Kann ich lange kombinieren und suchen. Geht leider nicht. Pompon. Ich weiß immer noch nicht, wozu Pompon und Feder und so weiter da ist. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Jetzt gehen wir raus. Geht auch, glaube ich, per Schnellreise. Ein bisschen schneller. Als wenn ich den ganzen Weg latsche. Da ist nichts. Nirgendwo eine Ahnung, wo ich die Spitze für die Spitzhacke finde. Wir gehen zurück zum Drachen. Denn hier gibt es noch was zu tun, was ich übersehen habe. Hier ist die Presse einer Münze. Und den Stein kann man auf den Amboss legen. Das habe ich noch nicht gemacht. Das probieren wir direkt mal aus. Was funkelt und glänzt denn da? Das ist natürlich cool. Das haben wir vorher nicht gehabt. Im Inneren des Steins sind Kristalle. Alles funkelt und glänzt. Und natürlich ist die Idee nicht weit, dass der Erdwichtel da unten bestimmt jetzt das haben will. Das hätten wir natürlich auch früher machen können. Und da der Drache das nicht will, entscheiden wir uns wieder zurück in die Höhle zu gehen. Und wir bieten ihm das jetzt mal an. Weil das doch bestimmt jetzt klappt. Die graben da ja die ganze Zeit nach glänzenden schönen Sachen. Und bestimmt will der kleine Erdwichtel das jetzt haben. Vorher hatten wir das halt wie gesagt nicht. Wir versuchen es jetzt also mal mit dem Kristallding. Der Weg, finde ich, ist viel zu lang gemacht dahin. Überall kann man da mit der Karte schnell hin. Und die müssen wir immer schön da die Gänge ablatschen. Aber dafür haben wir jetzt das Glitzer-Dings bei uns. Eigentlich könnte der Drache das ja auch als Schatz nehmen. Aber der will ja unbedingt die Goldmünzen oder was? Also müssen wir noch eine Goldmünze für ihn machen. Oder finden. Oder holen. Aber ich weiß, dass wir eine machen müssen. Spoiler. Ich glaube, ich habe genau das Richtige. Ah, süß. Und da geht er hin. Er hat so große schwarze Alien-Augen. So ein komisches Skelett-Mundgesicht. So, jetzt können wir den Steinkopf nehmen. Ich schätze, damit gehörst du mir. Und das ist doch der Kopf für den Drachen-Dings. Und die Opfergaben können wir jetzt auch nehmen. Die großen Steine sind zu auffällig. Aber vielleicht kann ich unbemerkt ein paar von den kleinen Goldnuggets mitnehmen. Diebstahl! Auf ihn! Der Mensch hat Gold gestohlen! Sie hören dich wohl nicht mehr. Nur ich kann dich hören, wenn du auf meinem Kopf sitzt. Stimmt's? So ein Pech. Freu dich nicht so früh. Für heute Abend bereite ich eine Oper vor. Verlockend sind diese Edelsteine ja schon. Aber ich will mein Glück nicht strapazieren. Ich lasse sie, wo sie sind. Ja. Gut. Wir können auch nichts mehr machen beim Altar. Immer wenn der Helm spricht, denke ich übrigens auch immer, dass das eigentlich die Gottheit ist, die da spricht. Aber es ist ja der Helm. Das vergesse ich gerne. Und wir haben jetzt ein Goldnugget. Und was können wir mit dem Goldnugget wohl machen? Genau. Wir haben jetzt Gold. Der Drache will eine Münze. Also gehen wir wieder zurück zum Drachen und benutzen den Goldnugget für die Presse. Es geht aber noch nicht. Und dafür müssen wir natürlich an den großen Schmelzofen ran. Der allerdings noch den Kopf nicht hat. Den haben wir ja jetzt aber auch. Der wird hoffentlich passen. Das war's. Der Kopf passt perfekt. Perfekt. Ja. Goldnugget wird ausprobiert. Geht aber noch nicht dran. Da müssen wir erst mal noch was machen. Ich denke, jetzt könnte ich die Lava wieder fließen lassen. Der Kopf stellt die Verbindung vom Becken zum Trichter her. Juhu. So. Und jetzt? Ah. Öffne die Luke. Lava Marsch. So. Jetzt wird der Ofen dadurch erhitzt. Und wir können das Nugget da reinlegen. Es muss ja irgendwie schmelzen. Aber das machen wir im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales, Leute. Wir sehen uns und hören uns. Bis dann. Bis dann.